Welzow macht aus der Not eine Tugend und wirbt für sich als Stadt am Tagebau. Inmitten des Ortes befindet sich das Archäotechnische Zentrum, das indirekt auch mit der Kohle zu tun hat. Aber nicht die Erklärung, wie sie entsteht und gefördert wird, sondern der Grundstoff Holz steht hier im Mittelpunkt. Denn bevor die Bagger anrücken, wird nach Überresten von Siedlungen gegraben und dabei eine ganze Menge davon gefunden. Mit modernen wissenschaftlichen Methoden lässt sich daraus viel ableiten. Hölzer sind ganz wichtig für die Wissenschaft, weil in diesen Hölzern steckt nicht nur eine Altersangabe, die den archäologischen B-Fund dann auch datiert, sondern in den Hölzern stecken auch sehr viel mehr Informationen. Also zum Beispiel über die Jahrenchronologie Klimageschichte. Wie sieht eigentlich ein Wald vor 5000 Jahren aus? Wenn wir die Hölzer haben, können wir über die Holzentwicklung herausbekommen, ob der Baum gute oder schlechte Tage hatte, wie die Umweltbedingungen sind. Mal ganz davon abgesehen, dass wir herausbekommen haben, welche Hölzer, welche Pflanzen überhaupt vorhanden gewesen sind. Wir können ja nicht zurückreisen und schauen, welche Bäume waren da. Wir müssen das über die gefundenen Hölzer machen. Das Ganze hat natürlich auch einen Haken, denn sind die Funde aus der feuchten Erde bzw. der Grundwasserschicht auf dem Trockenen, gehen sie schnell kaputt. Im nahegelegenen Klarer See übrigens eine Tagebaugrube, die 1896 aufgeschlossen wurde, soll dazu jetzt ein Pilotprojekt starten. Die Hölzer werden alle geordnet in einem Unterwassermagazin untergebracht. Das heißt, so wie man Keramik in ein großes Regal stellt, in Kisten verpackt, werden die Hölzer in Stahlkäfigen unter Wasser eingelagert, sind registriert, wo sie sind, sind gekennzeichnet und werden dort aufbewahrt. Also im Prinzip einfach so gestapelt wie in einem Unterwassermagazin. Und wenn der Wissenschaftler sie in fünf oder zehn Jahren braucht, dann werden sie einfach wieder rausgeholt und kommen dann auf den Tisch des Wissenschaftlers, um sie zu untersuchen. Klingt simpel, allerdings ob es funktioniert, ist noch unklar. Trotzdem sind sich das Brandenburger Landesamt für Archäologie und die Wissenschaftler vor Ort sicher. Einen Versuch ist es wert. Ein Knackpunkt ist sicherlich, dass der Klarersee bloß zwei Meter tief ist. Das heißt, es ist ein bisschen Licht im Spiel. Was jetzt die archäologischen Hölzer, die vielleicht 1.000 oder 3.000 Jahre alt sind, dort unten machen, ob die Fische dran knabbern, ob die Algen dran wohnen, ob Muschelschalen sich entwickeln dort und daran fressen, wissen wir noch nicht. Fakt ist, die Angler sagen prima, Hölzer in der Mitte heißt, dort wird die Kinderstube der Fische sein, weil sie dort in den Käfigen sicher sein werden, vom Gefressen werden. Wir werden sehen, ob dieses Projekt funktioniert. Fakt ist auf jeden Fall, die Hölzer können nicht im Boden einsinken, sondern liegen auf einer großen Kies-Schicht in den Behältern, sodass sie auch wieder geborgen werden können, was anderen Orts nicht möglich ist. Was ist, wenn es schief geht? Wenn es schief geht, ist es allemal besser jetzt schief gegangen, als vor einem Jahr oder zwei Jahren auf der Grabung einfach weggeworfen, weil keine Möglichkeit gewesen ist, die Hölzer aufzubewahren. Jedes Stück Holz, was hierher kommt und eingelagert wird und dann in fünf Jahren vielleicht noch da ist, ist ein besseres Stück Holz als das, was einfach weggeworfen werden muss auf Grabung, weil es einfach nicht verarbeitet, bearbeitet werden kann. Der wissenschaftliche Anspruch im ATZ ist da, aber natürlich soll der Spaß für die Besucher auch nicht zu kurz kommen. Daher sind zahlreiche Workshops im Angebot. Leicht ist es für den Archäologen, Mitmachangebote zu kreieren, die sich rund um die Archäologie drehen. Also, der Töpferkurs, wo wir Gefäße herstellen, wie sie vor 5000 Jahren hergestellt worden sind, wird nachgefragt von Re-Enactment-Gruppen. Oder Lebensmittel anzubauen und mit diesen Lebensmitteln zu arbeiten, wie vor 5000 Jahren, gar kein Problem. Oder mit Weide zu arbeiten. Weide ist ein universell nutzbarer Werkstoff, der vor tausenden von Jahren schon im Einsatz war, zum Dachdecken, zum Körbeherstellen. Solche Projekte sind einfach für den Archäologen. Das führen wir durch, das kann ich, das können Mitarbeiter oder Bekannte vom Archäotechnischen Zentrum, die sich bereit erklären. Ein nicht alltägliches Angebot ist der Bronzeguss. Hier kann man tatsächlich im Schweiße seines Angesichtes erleben, wie vor tausenden von Jahren Metall bearbeitet wurde. Bronzeguss ist sehr speziell. Bronzeguss ist auch gefährlich, aber es macht riesen Spaß, Gegenstände aus Wachs in Bronze umzusetzen und bei 1200 Grad heißem, flüssigem Material zu gießen. Da ist der Adrenalinspiegel hoch. Wir haben einen Spezialisten, den Thorsten Himmerking aus dem Norden Deutschlands, der dann kommt und mit unseren Gästen zusammen, das sind meistens 10 oder 12, Bronze gemeinsam gießt. Das sind Workshops, die über zwei Tage gehen. Das ist auch sehr anstrengend, da ist der Tag auch dann schon mal lang. Aber wenn dann am Sonntag angefangen Wachsobjekte herstellen und über Nacht einbetten und ausbrennen, dann am nächsten Tag gegossen ist, dann ist immer die Freude groß, wenn es gelingt und man einen Gegenstand mit nach Hause nimmt, den man so nicht kaufen kann, den man selbst gemacht hat und den man auch wie nach alter Väter Sitte hergestellt hat. Das ist eine spannende Geschichte und wir sind froh, dass wir auch dieses Jahr, im April kommt der nächste Kursus, auch zweimal diesen Kurs anbieten können, den wir übrigens auch mit Gymnasiasten und auch mit Schülern fünfte, sechste Klasse schon durchgeführt haben. Mit dem geplanten Verkauf des Energiekonzerns Vattenfall ist auch die Zukunft des Archäotechnischen Zentrums in Welt so unklar. Das Unternehmen finanziert nicht unwesentlich die Arbeit des Hauses. Kann man nur hoffen, dass hier noch weitere spannende Geburtstage gefeiert werden können.